Sprengkraft97 hier und heute mal wieder ein animiertes Feuerwerk extra für euch zum dritten Advents-Special. Da es ja in den letzten Wochen nicht so viele Videos von mir gab, wollte ich jetzt einfach mal so ein paar kleinere machen. Jo, drückt einfach auf den Artikel und das Video startet mit dem Effekt. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal.